Barbara? Der Pazifik ist weit schlimmer als berichtet. Pearl Harbor ist das größte geheimdienstliche Versagen der amerikanischen Geschichte. Und Feuer! Die Japaner planen was Großes. Also, was ist das Ziel? Vermutlich die Midway-Insel. Washington ist anderer Meinung. Washington liegt falsch. Heute sind wir die Underdogs. Aber wir werden allen zeigen, dass man uns nicht unterkriegen kann. An diesen Augenblick erinnert ihr euch für den Rest eures Lebens. Ich heiße Damon. Und das ist meine Tochter Velvet. Ihr größtes Problem der Zeit ist die abstrakte Kunst der Schlafrichtung. Doch bald wird sie mit schnell voranschreitender Umweltzerstörung konfrontiert sein. Die Eisdecke schmilzt schneller, als die Wissenschaftler vorhergesagt haben. Wir könnten noch eine andere Geschichte erzählen. Eine, die Lösung für einige dieser Probleme aufzeigt. Wie könnte also die Welt im Jahr 2040 für unsere Tochter aussehen, wenn wir nur die grandiosen Strategien nutzen, die es heute schon gibt? Statt einer Politik, die nur auf Katastrophen reagiert, brauchen wir Regierungen und Unternehmen, die neue Wege gehen. Etwa in der Landwirtschaft, Energie und beim Wohnraum. Oder die Rechte der Frauen zu stärken. Ich wünsche mir, dass das Abholzen der Wälder aufhört. Das wäre cool. Wirklich spitze. Die Erde mehr respektieren. Wie wäre es Velvet, wenn wir nachhaltige Landwirtschaft wie Fraser betreiben würden? CO2 einbringen und den Boden gesünder machen. Ganz genau. Ja. Auf effiziente, lokale Energie setzen. Bangladesch hat fünf Millionen Häuser mit Solaranlagen, die ihren Strom selbst erzeugen. Das bringt Menschen zusammen. Aber ich sitze hier in einem Flugzeug, das CO2 ausspuckt. Man wird gezwungenermaßen zum Heuchner. Wenn unser gesamtes System basiert auf fossiler Energie. Was habt ihr euch nur gedacht? Manchmal wohl nicht viel. Innovation, Fantasie und Kreativität. Haben wir das nicht alle in uns? Die Menschen würden gern an etwas mitwirken, das der Welt hilft, sich zu regenerieren. Sie werden überall sehr gute Gründe finden, um Hoffnung zu haben. Man könnte nur mit Eiweiß aus mariner Permakultur zehn Milliarden Menschen ernähren. Wow. Nicht nur, dass es jetzt schon viele Leute gibt, die eine neue Geschichte mitgestalten wollen. Wir haben auch heute schon alles, was wir brauchen, um sie wahr werden zu lassen. Wie soll dein 2040 aussehen? Meine Zukunft soll einfach gut sein. Zuerst findest du eine Unterkunft. Dann kommen wir nach. Mama! Frankreich! Zidane! Warum beantragen Sie Asyl in Frankreich? Wegen Schach. Wegen Schach? Und jetzt bist du tot. Mausen tot. Bumm. Was willst du hier? Ich will Schachmeister werden. Papa, du musst erst das Plastik entfernen. Verhebe noch mit wie die anderen. Er ist ein bisschen schroff. Fähig dich ins Knie! Aber als Lehrer ist er der Beste. Nun mach, du Eierkopf. Aber ein Ei hat keinen Kopf. Schach ist kein Spiel, sagt Kasparov. Der russische Meister hat seinem Gegner immer direkt in die Augen geschaut. Los geht's. Schach ist Krieg. Ein Krieg zwischen zwei Köpfen. Jetzt bist du tot. Der russische Meister, ich spiele nicht mehr mit ihm. Super Idee, sollte ich hier auch mal einführen. Konnten Sie irgendwelche Unterlagen besorgen, die Ihren Asylantrag rechtfertigen? Nein. Mein Vater war gegen die Regierung. Du kennst die Regeln, Silver. Ja, keine Papiere, kein Schach. Sie befinden sich illegal in Frankreich, Monsieur. Sie müssen unser Land sofort verlassen. Nein, nein, das ist unmöglich. Ich will bei meinem Vater bleiben. Lass uns bitte nicht im Stich. Es gibt mehr Abenteuer auf einem Schachbrett als auf allen Meeren der Welt. Ihr macht einen simplen Zug und lernt dadurch, das Leben zu lieben. Wir fahren zur Meisterschaft nach Marseille. Am Tag der Meisterschaft ändere ich nicht das Reglement. Gib ihm eine Chance. Mein Name ist Paula Susteni. Seit Jahrhunderten lebe ich jetzt undercover, was gar nicht so einfach ist. Denn von Mitternacht bis 8 Uhr morgens verwandle ich mich in die Weihnachtshexe. Eigentlich verwandle ich mich nicht in sie, sondern bin sie. Paula, willst du meine Mutter? Entschuldige, bitte. Zu Weihnachten fliege ich auf meinem Besen zu den Kindern und fülle ihre Strümpfe mit Süßem. Wenn sie lieb und artig war. Aber wenn sie frech war, dann gibt's nur Kohle in die Socken. Schön, oder? Naja, vielleicht im Märchen. In Wirklichkeit ist es ein Albtraum. Nein, 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 yes, no! Weil alt sein Mist ist. Rheuma, Arthritis, Rückenschmerzen. Außerdem muss man fit bleiben, sonst kann man all die Geschenke nicht tragen. Und ihn muss ich auch ertragen. Aber könnt ihr mir erklären, warum er in einem Schlitten sitzt, der von Rentieren gezogen wird? Chauvinismus. Frau Lehrerin. Lass mich los! Lass mich sofort los! Hier ist niemand. Kommt her, schnell! Oh mein Gott, das ist doch nicht möglich! Frau Lein-Paola, ist die Weihnachtshexe? Jetzt hat die blöde Kuh sich auch noch sehen lassen. Du kannst mit mir machen, was du willst. Nachdem du mich vergessen hattest, hatte ich es sehr schwer. Was willst du von mir? Beginnt jetzt die Operation. Wahnsinn! Weihnachtshexe! Weil er die Hausaufgaben vergisst hat. Weil er die Hausaufgaben vergessen hat. Jetzt werde ich dich verbrennen, wie Julius Cäsar Rom verbrannt hat. Nero. Nero. Oh, was ziemliche Wissenslücken. Nach 9-11 haben alle Angst gehabt. Angst, dass es wieder passiert. Mein zweiter Tag an der Uni. Ich war auf dem Weg zu einer Vorlesung und dann ist plötzlich alles stehen geblieben. Am nächsten Tag habe ich angefangen, nationale Sicherheit zu studieren. Morgen, Dan. Guten Morgen, Frau Senatorin. Haben Sie gelesen, was heute in der New York Times steht? Die CIA-Aufnahmen von Verhören von Al-Qaida-Häftlingen vernichtet. Ich möchte, dass Sie genau herausfinden, was die haben und alles Wort für Wort lesen. Kein Papier? Papier bringt die Leute hier bei uns. Nur in Schwierigkeiten. Da, wo ich herkomme, steht auf Papier, was Gesetz und Ordnung ist. Dann habe ich gestern das hier gefunden. Er ist Häftling Nummer 24. Habt ihr das vorher schon mal gemacht? Wir haben uns ein Video angesehen. Nachdem er 183 Mal mit Waterboarding gefoltert wurde. Alles, was er ihnen gegeben hatte, war entweder gelogen oder etwas, was sie längst gewusst hatten. Wenn etwas angeblich so gut funktioniert, warum ist es dann nötig, es 183 Mal durchzuführen? Diese Frage werden sich hoffentlich viele stellen, wenn der Bericht erscheint. Ich widerspreche vehement der Darstellung, die Sie hier versuchen zusammenzuschutzen. Die Vereinigten Staaten foltern nicht. Ben, Sie sollten überlegen, was Sie sagen. Das Dokument können die nicht zerstören. Also nehmen die sich das Nächstbeste. Sie. Die Agency behauptet, Leben gerettet zu haben, aber in Wahrheit hat sie es unmöglich gemacht, einen Massenmörder wie den Shake anzuklagen. Weil wenn das, was wir ihm angetan haben, jemals vor Gericht rauskommt, ist das Verfahren schon gelaufen. Dieser Typ hat 9-11 geplant. Wir werden nicht zulassen, dass die Wahrheit von der Exekutive vertuscht wird. Die Absicht ist Information. Geschichte wird von Siegern geschrieben. Also müssen wir unsere Herangehensweise ändern. Das ist nun wirklich mehr als abwegig. Demokratie ist kompliziert. Wenn wir Ihren Bericht hätten, würden wir ihn drucken. Morgen? Nein. Wenn er veröffentlicht wird, dann nur auf die richtige Weise. Vor zehn Jahren brach die Zombie-Apokalypse aus. Und diese gestörte Familie... Frohe Weihnachten! Weißt du, was ich mir wünsche? Ist mir scheißegal, was du dir wünschst. ...hat überlebt, weil sie ihren Verstand benutzt... Bitte vergib mir, dass es gefällt, der Pelz! ...und die Regeln befolgt hat. Regeln sind für Pussis, nimm's nicht persönlich. Wie soll ich das nicht persönlich nehmen? Das ist genau mein Ding. Ja, du hast recht, nimm's persönlich. Dieses Jahr... Was hat sie überzeugt? Und sagen Sie nicht das Drehbuch. Kann das zwischen uns bleiben? Drogenkostengeld. Das habt ihr nicht kommen sehen, richtig? Eine neue Art Zombie. Stärker, schneller und besser angepasst zu jagen. Wir haben viel mehr Angst vor uns, als wir vor Ihnen. Du wirst die Erste sein, die stirbt, aber ich mag deinen Enthusiasmus. Du stirbst vielleicht. Ja, danke, dass du dich opferst. Vom Regisseur von Venom. Wollt ihr mitfahren? Oh ja. Und den Autoren von Deadpool. La Casablanca. Oh Gott. Ich glaube, ich hätte einen verflucht guten Präsidenten abgegeben. Ich glaube, die Zigarren sind noch aus der Zeit der Clinton-Regierung. Da ist mir in die Arsch auf. Oscar-nominierter Jesse Eisenberg. Jetzt gleich, jetzt gleich. Oscar-nominierte Abigail Breslin. Du hast nicht zufällig Gras, oder? Boom. Oscar-Preisträgerin Emma Stone. Was zur Hölle? Zombieland. Doppelt hält besser. Zeit, Eier zu zeigen oder Fresse zu halten. Das klingt total nach 2009. Nur im Kino.